Nummer 3. Der Babyshower Schwangerengürtel könnte unter den Optionen sein, die ich wählen würde, um ein perfektes und sicheres Geschenk zu machen. Er ist einfach, komfortabel, passt in alle Fahrzeugtypen und ist nach europäischen Standards konzipiert. Was gibt es Besseres für eine werdende Mutter, als Sicherheit bei ihren Autofahrten, denn mit diesem Schwangerschaftsgurt verhindert er, dass das Baby unter plötzlichen Bewegungen, verursacht durch schnelles Bremsen, leidet. Er hat einen recht günstigen Preis und bietet viele Garantien. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 2. Wenn Sie auf der Suche nach Bequemlichkeit und Komfort sind, ist dieser Sicherheitsgurtadapter genau das Richtige für Sie. Es hat auch Riemen an den Seiten. Mit diesem doppelten Verschluss werden das Baby und die Schwangere besser geschützt. Er hat ein sehr bequemes Polster und Sie können ihn mit einem Rock oder einer Hose verwenden. Er hat ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt. Nummer 1. Mit diesem Sicherheitsgurt für Schwangere von Roftop haben Sie doppelte Sicherheit. Einerseits werden sowohl sie als auch ihr Baby geschützt, da es eine Unterstützung für den Sitz bietet, die ein Verrutschen verhindert, und andererseits hat es seitliche Haken, so dass Sie mehr Unterstützung haben können. Er kann an jedem Sitz verwendet werden und lässt sich problemlos verstellen, da er keine Sperren hat, die bei der Verwendung Anschläge erzeugen. Sein Preis ist recht erschwinglich und Sie können zwischen zwei Farben wählen, rosa und grau mit schwarz. Den Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.